Herzlich Willkommen, ich bin's, euer Spooky und ich will euch recht herzlich begrüßen zu meinem neuen Let's Play One Piece Pirate Warriors. So meine lieben Freunde, nach diesem langen 2 Minuten Trailer will ich euch begrüßen zu Naruto Ultimate Ninja Storm, meinem kleinen Let's Play. Ja, herzlich Willkommen, ich bin's, euer Spooky und herzlich Willkommen zu Naruto Shibut Ultimate Ninja Storm 3, dem ersten Part. So meine Leute, herzlich Willkommen zu Dragon Ball Raging Blast. Hallo meine lieben Freunde zu meinem neuen Projekt und zwar nennt sich das Dragon Ball Raging Blast 2. Hallo meine lieben Freunde, herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar One Piece Pirate Warriors 3. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu meinem neuen Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, ihr könnt es schon sehen, Naruto Shibutun Ultimate Ninja Storm 4. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Summon Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Hey und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, freut mich, dass ihr eingeschalten habt. So meine lieben Freunde, hey und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal, freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder unterwegs und ich hab's jetzt schon vor ein paar Wochen angekündigt. Wir fliegen nach Japan. So, meine lieben Freunde, hey und herzlich willkommen zurück zu dem letzten Vlog der Gamescom 2018. So, meine lieben Freunde, hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar zu Dragon Ball Z. Kakarot, freut mich, dass ihr eingeschalten habt. Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschalten habt. Hi, meine lieben Freunde. Wie geht es euch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann man sehen, was passiert ist, Freunde? Kann man es sehen? Ja oder nein?